27 at Klangkörper Chris Bauersch als Klangkünstler und Monadia als Malerin zeigen eine Installation, in der auf sieben Stelen 27 Selbstdarstellungen von Monadia angebracht sind. Im Inneren der Stelen spielen Audioplayer Klangkompositionen von Chris Bauersch. Zu jedem selbst verfasste Monadia einen handgeschriebenen Brief, den sie in ein Kuvert legte. Sie klebte es auf das fertige Gemälde, übermalte es und nähte es später auf der Leinwand fest. Es gibt keine Abschriften von dem Geschriebenen.